Hey Gabi, sorry, ich bin noch ein bisschen spät da, fang ruhig schon mal an mit dem Sekt, bevor wir losgehen, aber der Bus kommt halt irgendwie nicht, keine Ahnung, ich hab auch ewig schon mal nicht mehr die Bahn genommen. Früher haben hier noch mehr Leute gewartet, heute komm ich nur noch gerne zum Lesen hierher, das war damals, als die Leute noch nicht diese schrecklichen Telefone hatten, die einfach alles können, die wissen ja jetzt immer sofort über alles Bescheid, schicken sich andauernd alle möglichen Informationen zu, nur das Wesentliche, das sehen sie damit meistens nicht. Rechen Sie mit mir? Sehen Sie hier sonst noch irgendjemanden? Nee. Ja, dann rede ich wohl mit Ihnen. Und was wollen Sie? Gabi, Gabi ist voll der komische Typ, der mich zulabert, ey, ich hab ein bisschen Angst. Ich... Ich... ...warte Sie, hören Sie auf mich zu belästigen. Ich will Ihnen... Sonst rufe ich nämlich die Polizei. Gabi, hier ist... Das Gleisbett... Gabi, hier ist... Der Bus kommt einfach nicht. Ich hab mal Karate gemacht. Aber das Gleisbett wird gewartet und da drüben ist die Ersatzhaltestelle. Mein Bus! Oh Gott! Nein! Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, wir hatten Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Channel, lasst uns ein paar Likes da. Oder schickt uns Nachrichtengedanken, teilt alles mit, was ihr mitteilen wollt. Schreibt was in die Kommentare rein. Wir freuen uns. Wir freuen uns.